Ja, herzlich willkommen zu noch einer Episode Starbound mit der wahnsinnigen Yorle. Hallo Yorle. Hallo. Hey. In der letzten Folge habe ich was sehr Lustiges gefunden. Ich weiß es immer noch nicht. Was sehr, sehr lustiges. Ich habe ihr nicht erzählt, was es ist. Wer Englisch kann, kann das jetzt hier lesen, was es ist. Wer das nicht kann, wird es schon rausfinden noch. Wenn ich diesen epischen Zweikampf, diesen Duell endlich... Jetzt bin ich ja eingeschlossen. Wenn ich das hier besiegt habe, dann werde ich sofort... Soll ich auf den Weg machen? Soll ich zu dir zurückkommen? Ich laufe jetzt tatsächlich mal links lang, weil rechts bin ich dreimal gestorben, habe ich keinen Böcke mehr drauf gehabt. Okay. Diese Picher. Guck mal, wie das hier so hoch... Wie soll ich das denn sehen? Ich sehe das hier nicht. Ich sage das nicht zu dir. Ich sage das zu den Zuschauern. Guck mal hier, guck mal. Ach, brech halt. Das ist super... Also ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Sag mal, wo bist du eigentlich lang gegangen? Links oder rechts lang? Ich bin nach rechts. Also ich war ja links. Dann hast du gesagt, du bist nach rechts gegangen. Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt nach rechts. Dann bin ich fast gestorben. Dann bin ich durch das Gebäude. Wir haben noch so ein Gebäude gefunden, ne? Weißt du noch? Am Anfang. Ganz am Anfang. Ja, genau. Und da bin ich durch. Und dann bin ich zu den Tentakeln gekommen. Und jetzt habe ich noch ein Gebäude gefunden gerade. Du hast noch eins gefunden? Ja. Ich komme hier nicht wirklich gut durch, weil die mich ja andern und angreifen. Oh, jetzt bin ich vergiftet. Oh, oh. Das war jetzt meine eigene Dummheit. Nein. Oh nein. Wieso? Wieso? Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ähm. Boah, das artet hier voll in Skillen aus. Ich brauche dich hier, Jorle. Ich brauche dich ganz dringend hier. Ich probiere es, aber hier ist noch Kupfer in der Wand. Ich werde auf diesem Planeten... Nee, komm, ich lasse das. ...werde ich verehrt. Du wirst verehrt? Ich werde verehrt. Ach, nein, wie geil. Ich glaube, ich weiß, was du gefunden hast. Was ist denn das? Das ist so eine Statue, ne? So eine Affenstatue? Ja, das ist so ein Poster. Obey. Wo Obey draufsteht. Und da sind so Tränke. Was können denn die Tränke? Nein. Ich sterbe gleich schon wieder. Oh nein. Ich muss trinken und Bandage... Oh. Okay, pass auf. Ich gehe jetzt rechts lang. Ich schaffe das nicht. Ich rette dich. Das kann auch sein, dass selbst eine Alpha-Welt jetzt für uns... Ich meine, wir sind ja ganz am Anfang, aber das ist doch schon ein bisschen doof, ne? Ja, das ist schon ein bisschen doof. Ich muss mal kurz meine Waffe wechseln, damit ich auch die Lampe gleichzeitig halten kann. Ja, stimmt. Das geht irgendwie, ne? Mit so Einhandwaffen. Ja. Unglaublich. Du dachtest, dass du mir Sachen erklärst, ne? Ich nehme mal gerne nur diese Zweihand-Dinge. Wui. Oh, das ist auch schon wieder feindlich. Wow. Ich komme dich jetzt holen. Wow. Ja, bitte. Wow. Ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich nur so ein Mittagssnack für die Viecher hier. Wie gesagt, jetzt wird es schon wieder dunkel. Ich weiß, ich sehe das. Ich habe das gesehen. Wow. Wow, friss das! Ich treffe ihn auch nicht, ja. Was dauert noch ein bisschen? So. Hä, sind die jetzt auch böse? Nee. Nein! Wischka, wo bist du? Mein treuer Konrader. Ich habe hier so meine Probleme gerade. Mein, mein, uh, mein Affenfreund. Mein Geliebter. Komm und rette die holde Florandame. Oh, oh, oh. Ich sterbe hier. Todesfische? Nein! Bist du, du bist nicht? Doch, bist du. Weißt du was? Ich bleibe jetzt hier auf dem Schiff, bis du kommst. So. Man muss dazu sagen, siehst du? Soll ich... Es ist schon ein wenig später. Stimmt. Und wir haben ja gebraucht, Ewigkeiten, um das heute mal festzuhalten. So, ich bleibe jetzt hier auf meinem Schiff. Ja, aber soll ich hochkommen aufs Schiff? Ja, komm schon. Hochkommen. Dann gehen wir gemeinsam. Warte. Bringt ja nichts. Warte. Okay. Oh, jetzt. Okay. Ich hab zwar hier, wenn jemand das schon geschrieben hat, ich hab hier so ein Zweihänder aufgesammelt. Das ist allerdings nur so ein komischer Speer. Und der geht nur in eine Richtung. Das ist ein bisschen doof. Wie nur in eine Richtung? Naja, der schwingt nicht so von oben runter. Ah, okay. Okay. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen nehmen wir wieder unsere alte Waffe. Hallo. Alter, nein. Ich hab'n Hochzeitskleid gefunden. Ich hab'n Hochzeitskleid gefunden. Ich hab'n Hochzeitskleid gefunden. Guck mal. Wui. Bist du jetzt bei ne Braut oder so? Ja, ich will. Ah. Warte, 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 warte. Bleib stehen. Lieber Fischkopf. Willst du meinen, meinen Affen baust du mich gerade zu? Alter, ich komm' hier nicht mehr raus. Ja, das war'n Scherz. Ja, ich will. Ja, ich will. Das hast du süß gesagt. Oder? Ja. Doch, doch. Geh durch. Kann man machen. Ey, was ich schon... Okay. Du magst zwei Hände sehr gerne, ja? Ja. Hau... Gib mal. Gib mal. Gib mal. Los. Komm, dann mach ich dir auch wieder den Moonwalk. Guck mal, das kann ich aber auch mit dem Schwert machen. Das kann man nicht nur mit dem... Nee, du musst halt irgendwas in der Hand haben, was... Guck mal, wenn du jetzt nichts in der Hand hättest, dann ginge das auch nicht. Du musst auch nicht Shift drücken dafür. Boah. Guck dir das an. Die Frau mit dem Hammer. Oh yeah. Und du im Hochzeitskleid? Ist das richtig? Irgendwie verkehrte Weltkleid. Guck mal, was ich habe. Crazy. Was ist das denn? Das sind... Ich hab Trauben eingesammelt. Oh, Traum. Ich hab ein fucking Hochzeitskleid. Und du kommst mir hier mit Trauben. Das ist auch was Tolles. Pass mal auf, die packe ich mal... Ich glaube, wir werden bei dem Planeten nicht bleiben. Oder? Sehe ich das richtig? Nope. Die ist jetzt nicht so schön da unten, ne? Das ist ein Kackplanet. Weißt du was? Ich hab ne Idee. Komm, wollen wir mal uns... Also mein Planet hier anschauen, wo ich bin? Ja, ich muss nur kurz was essen. Hab ich was zu essen? Ich hab hier so eine Trauben. Willst du die haben? Ich hab Bananas seeds. Was macht man damit? Ja. Eier in Boden pflanzen. Man kann hier bewirtschaften, seine Felder. Tatsache. Och, krass. Wie... Moment. Ich komm mir mit diesem blöden Inventory-Quatsch doch nicht zurecht. Es ist auch so klein. Kann man das irgendwo ändern? Ja, das stimmt. Du kannst die aus dem Inventar ganz einmal anklicken und dann auch Sachen hinstellen, zum Beispiel. Oder hier etwas essen. Zack. Du kannst das auch auf deinen Charakter ziehen, dann ist es auch da. Ich werd jetzt komisch... Ich hau diesen Stab jetzt hier weg. Keiner will sowas... So eine Waffe, die nach vorne geht. Mach ich jetzt mal hier so an die Seite. So. Alter, siehst du pervers aus. Das mache ich, lasse ich in der Mitte. Pervers. Ich sehe hammergut aus, würdest du sagen. Oh, guck mal. Ich hab hier Gehirnbäume. Gehirnbäume. Ich komme... Warp to Planet. Ähm, Alpha, Theta, Kap. Alpha, Theta, Kap. Alpha, Theta, Kap. Kap, Kap, Kap. Cannabis, Kap. Du willst bloß wieder das Holz einsammeln, ne? Nein. Das ist ein bisschen... Ach, das ist unglaublich. Ich habe drei Millionen Holz. Guck mal, sind das nicht da Gehirne am Baum? Gehirne? Ich habe jetzt Ärsche gesehen. Jetzt, wo du es sagst. Ärsche? Das ist natürlich auch gut. Gehirnbäume. Wie krass ist das denn? Aber davon kann ich auch ganz gut was gebrauchen. Du als Affe? Ja. Wie weit ich so dumm bin. Oh, der war groß. Oh ja, nein, steht noch her. Ein bisschen gemein, weißt du das? Ich? Ja. Aber guck mal, ich schenke dir doch gerade Holz. Oh, fuck, das war alles. Oh. Oh, was? Warte mal, ich muss meine Waffe noch ziehen. Wieso? Nein. Also, deine Waffe macht ziemlich viel Schaden, glaube ich, übrigens. Ich weiß es nicht. Zehn. Ich habe gerade nur... Manchmal ruckelt es halt eher so bei Starbound. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Dann gibt es halt... Au. Shit. Okay. Alter, du schnetzlst hier die Viecher weg. Situation in Kontrolle. Aber ich brauche hier gleich... Ich muss hier gleich mal wieder Bandages machen für die Gruppe. Mhm, mhm. Ich habe das immer gesagt, für die Gruppe, aber ich habe die immer nur für mich gemacht, ne? Und du bist immer schön verreckt. Super, Alter. Ich wollte hier dann immer noch ne Bandage nehmen, ja, aber ich kam nicht dazu, weil die mich dann sofort... Die sind ja auch teilweise schneller als man selbst und dann kommen die da hinterher und... Oh, oh. Ich habe was gefunden. Oh, oh, oh. Ich habe ne Potato eingesammelt mit dem dazugehörigen Seed. Es gibt hier richtig, richtig viele Seeds und ne Potato. Was ist das denn hier? Guck dir das an. Alter, das ist ja ne Riesenkartoffel. Ich habe auch ne Potato Seed. Bist du denn lang, sag mal. Ich bin nicht so weit wie du. Ich merke gerade, ich muss mir wieder Fackel machen, aber ich habe nicht so viel Kohl. Ich habe ne Frage. Du hast ne Frage. Ich habe ne... Entschuldigung. Ja, du hast ja mal ne Frage. Frau Jorle. Ja. Darf ich mal kurz auf Toilette? Nein, ich wollte fragen... Was wollte ich fragen? Jetzt habe ich mal ne Frage vergessen. Achso. Kann man Sachen unendlich stacken oder ist ein Stack so 300? Ähm, Stack ist 1000. 1000? Ja. Und die werden... Oh, guck mal, guck mal. Komm mal her. Ich bin doch hier gerade am Craften. Okay, ich komme. Wo bist du? Bist du rein... Bist du unter die Erde gegangen? Nein, nein. Weiter links lang. Komm mal her. Ja. Ich habe ein Haus gefunden. Oh, shit. Jetzt hatte ich einen Leck. Oh. Oh, fuck. Oh, jetzt werde ich getötet. Meine Waffe ist weg. Ich rette dich. Komm her. Oh, ich bin fast tot. Ich habe gar nichts gemacht. Aber gut. Alter, das ist klein. Du hast das ganze Holz hier jetzt hingemacht, ne? Was machst du denn da? Oh, ja. Ich war so... Ich war total in Panik. Ich merke schon. Mich irritiert auch, dass ich hier nicht runterscrollen kann mit dem Maus-Klick, sondern immer nur mit dem Maus-Rad. Wie meinst du das? Achso. Im Crafting-Menü. Ja, ja, das ist noch nicht so ganz drin. Ja, das ist Kacke-Arsch. Kacke-Arsch? Ja. Du kannst übrigens mit Strick und mit der Maustaste, also STRG, ich sage immer Strick, ich weiß nicht warum. Im Bild kannst du deine Sicht verändern. Das ist ja mal zentriert und mit der STRG und dann deine... Oh. Ja. Komm, komm, sieh jetzt mal ran hier. Das ist total wischlich. Ich muss mich doch erstmal heilen, sonst sterbe ich so wie du immer. Taktik, Fräulein, Taktik. Mal gucken, ob du mich siehst. Wow. Du schläfst. Bei einem Fremden. Ja, ist doch egal. Ist doch egal. Wirklich schisslich. Ist doch voll okay. Beim Schlafen regenerierst du übrigens. Ach toll, gut, dass ich gerade 28 Bandages gegessen habe. Finde ich übrigens gut, dass man Pflaster isst. Das ist ja auch wie im wahren Leben, ne? Oh, guck mal, Mama, ich habe ein Pflaster gefunden. Ich probiere das. Are you some kind of... Was? Malavolent Imp. Malavolent Imp. No, we aren't. I am your death. Guck mal, was es hier gibt. Wow. Pixels. Wow, du hast ihn beklaut. Du hast ihn bestohlen. Echt, wie du da liegst? Ey, ey. Das war gerade so schön. Nimm mal hier die ganze Bude. Nimm mal hier mit, ne? Oh, sag mal. Und der Typ voll entspannt, so, hey, kein Problem, nimm mal mit. Oh, bleib drinne. Hey, Freunde, ich finde das voll cool, so. Also, was ist denn hier los? Ah! Eine Kiste ist hier. Und? Geh weg. Da ist nix drinne. Ich habe nichts geklaut. Alter, wie du das immer alles aufsaugst. Ja, weil ich glaube, es ist wirklich, weil ich... Vielleicht ist das mal eine Special-Kraft als Affe, weißt du? Das ist ja unfassbar. Kann das sein? Das kann auch sein, oder? Du bist okay wie so ein Staubsauger. Okay, warte. So. Komm, wir gehen mal jetzt hier runter. Da, 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 da. Da, da, da. Todesfisch! Das war jetzt, glaube ich, nicht so... Doch. Wieso, was denn? Warte, da hinten ist er noch. Ah, stirb, stirb. Oh, ah, ah, hier ist langweilig. Warte mal, warte mal, hier ist Kohle. Das sagst du jetzt, das sagst du jetzt so in deinem Wahn. Die müssen wir noch mitnehmen. Ja, mach doch. Die Kohle. Ich habe hier andere Sachen zu tun. Ich muss hier meines Amtes walten. Oh, ich kann nicht. Deines Amtes? Als, als was denn? Als Medic. Als Medic? Bist du so ein Combat-Medic? Wie an der Front? Nee, absolut. Also in Ego-Schuldern bin ich nie Medic. Aber hier. Oder bist du so ein Platoon-Medic? Ähm, ja. Äh, was? Was machst du denn da schon wieder? Ja, mach mal. Ja, ich mach doch... Weißt du doch ganz genau. Für die Gruppe. Ja, ja. Chips Cola. Chips Cola? Kennst du das Spiel nicht? Ey! Oh. Guck mal, du darfst das hinnehmen. Yes. Lass es auf mich. Oh. Da hört sie einfach auf. Okay. Craft that shit. Ach, zwei kann ich machen. Super. Ja. Ihr müsst wissen, er ist hier die weisse Medic. Ja, ich hab zwei Bandagen, hab ich von dir bekommen. Aber wie kann ich... Zwei. Kannst du zwei? Warte mal. Wie kann ich denn... Kann ich irgendwie... Weil wenn ich jetzt auf Q drücke, kriegst du ja alle. Ja, du kannst das auch teilen. Wie sie sich... Ah, okay. Ups. Wie kann ich denn... Hä? Alter, ich hab die immer noch. Hier. Drei. Ja, ich hab auch nur drei. Du hast mir ja die ganzen Dinger da geklaut. Jetzt ruckelt sie bei mir. Ja, hör doch mal auf damit. Warum ruckelt es denn immer bei dir? Weiß ich nicht. Aber es ruckelt dermaßen. Boah, Riesenleck hier. Bei mir ist alles total easy peasy going. Guck mal, der ist ne. Schickilaggy, wie man bei uns sagt. Ich glaub, das ist so ein Fabs-Problem. Das hatte ich letztens bei Seven Days auch. Ich weiß nicht warum. Es ist eigentlich noch genug auf der Platte vorhanden. Aber ab und an kriegt er irgendwie so seine Mucken. Also... Okay. Okay. Jetzt sehen wir mehr. Oh, oh, Kisse. Gehst du weg? Haben wir jetzt eigentlich... Wir haben noch nicht geheiratet. Wir sind jetzt erst nur verlobt. Oh. Hörst du auf? Oh, ich... Scheiße. Wie viel Geld hast denn du eigentlich? 400. 400? Oh, jetzt ruckelt es schon wieder. So ruckelt denn das? Also wir können... Wir können auch eine kürzere Folge machen, wenn du willst. Aber ich glaube, die Leute werden dann richtig sauer. Und wenn die sagen, die Jorle ist schuld, dann sage ich... Ja, habt ihr recht. Nein, wir lassen das mal. Das ist... Kann man sich eigentlich auch ohne Probleme hier scheiden? Ohne weiteres? Na ja, gut. Also, da muss man durch viele Ämter gehen. Aha. Verstehe. Ja, ich weiß nicht, warum... Nee. Wie habe ich hier ab und zu riesen Lags? Keine Ahnung, warum. Ja, wie gesagt, musst du sagen, ne? Wie gesagt, das scheint... Das scheint ein Frips-Problem zu sein. Wir können... Wir können... Das ist gar nicht so schlimm, wenn man mal eine kürzere Folge macht. Außer du sagst jetzt, das ist völlig okay. Wir haben 16 Minuten. Naja, es rutscht teilweise auf 6 Frames ab. Das ist zu wenig. Also eigentlich... Jein. Na dann, hauen wir jetzt hier noch die Gehirne, die türkisen Gehirne runter. Jetzt sind ja 30, ne? Ich verstehe das. Also... Na, ist mein Holz? Gehst du? Ja. Ja, ja. Stand da da mit drauf, oder was? Oh, warte. Oh, oh. Geht's dir gut da unten? Was? Es ist so tief. Oh. Soll ich dir einen Schrank runterwerfen? Nee. Ich habe hier so eine Sache gefunden. Willst du... Willst du da... Will... Ich habe hier... Ich drücke jetzt drauf. Vorsicht. Drück mal. Es hat gefurzt. Das ist explosiert. Oh, oh, das riecht. Oh, oh, oh. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Oh, oh. Das ist ekelhaft. Ich war das nicht. Ich hätte es schon mal beherrschen können. Das war das Ding. Das hat so... ... gemacht. Weißt du, das war so ein... Weißt du, das war so ein... ... so ein gequietschter Furz. Kennst du die? Die riechen ganz besonders schön. Oh, Mann. Das ist doch so ein schöner Film auf der Zunge danach. Und dann rollt sich hier gerade die Füße nicht. Füße. So, ich besorg mal hier das Zeug. Ich bin ja dafür zuständig. Das ist noch so ein... ... so ein... ... Avian Temple oder so. Das ist so ein... ... was ist denn das für ein komischer Ring da? Für ein komisches... Ja, pass auf. Wow. Warte, warte, warte. Dann müssen wir erst mal hochkommen. Ja, ich mach das. Das... Das... Machst du das? Yeah. Du kannst nichts im Hintergrund setzen, wenn da nichts im Hintergrund ist. Ach, das... Ach, das... Und dann machst du so... Warte, hör mal, hör mal, hör mal. Wow. Hast du gehört? Ja. Krass. Toll, oder? Was es alles gibt auf der Erde. Komm, den stecken wir gleich ein hier. So. Ich finde die Lampen ja schön, muss ich gestehen. Nimm mir mal die mal mit, ne? Alter, der Affe, ne? Leute, der Affe. Die nehmen wir auch mit, die ist schön. Was war das denn? Oh, ich hab getrunken, du wärst... Das Kleid, ey. Das Kleid flattert auch noch so. Schwing mal in die Höhe. Guck mal, guck mal, guck mal. Hui. Man kann da so ein bisschen drunter gucken. Sollen wir die auch noch im Bett mitnehmen? Los, komm, jetzt hab ich's ja schon. Yes. Oh. Was ist das? Ähm, du hast Hunger, richtig? Ja, voll. Ja, dann hau dir mal was hinter. Ich zieh ihr leid. Was soll ich denn essen? Hier, ich hab noch Kartoffeln... Oh. Hier. Nimm sie dir, nimm sie dir. Da sind noch vier Stück. Nimm sie dir. Äh, wo sind die denn? Hau dir die Kartoffeln hinter. Wie denn? Das ist auch so fies, ne? Wie ich denn vor dir esse? Hm. Die war lecker. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Was ist das denn eigentlich? Sapling von irgendwas? Du nimmst jetzt die Kartoffeln... Genau, die Saplings, die brauchen wir später echt dringend. Nimm dir erstmal die Kartoffeln. Du brauchst sie gar nicht oben in diesem... In dieser Stopp-Leiste haben. Trotzdem kann ich sie nicht essen. Du musst die Kartoffeln auch anwählen. Hab ich doch. Achso, das war nicht die Kartoffeln. Das war irgendwas anderes. Und dann müsst ihr die einfach aus dem Inventar. Das klappt ja mal besser. Jo, ne? Schon besser, ne? I need more. So, jetzt bin ich satt. Ja. Danke, Jolle. Ich hättet die mit. Hättest du schon. Mein Schnuppi-Schatz, wir sind jetzt schon verheiratet. Ne, wir waren eigentlich noch verlobt. Du hast nicht aufgepasst. Achso, ne, ich hab mich auch schon scheiden lassen. Es ging schnell bei uns. Aber wir sind trotzdem noch gute Freunde geblieben. Ja, ja, das sagen sie alle. Die Kinder haben mir weggeschmissen. Die waren nicht mehr gut. Die waren kaputt. Den Hund hast du mir auch noch genommen. Ja, aber der ist kurze Zeit danach gestorben. Hab ich noch gar nicht erzählt, ne? Das ist nicht dein Ernst jetzt. Wauzi ist Kapaiser gegangen. Wauzi-Buffi ist gestorben. Ja, der ist tot. Willst du mich jetzt verkackeieren? Nein! Der war doch aber auch schon alt. Spitz hat den Kopf. Der war alt? Der war vier. Ja. Was ist passiert? Also, wenn du den auf Hundejahre umrechnest und dann mal... Kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen? Ich nenne das jetzt voll Schikane. Ich baue hier genau unter mir Kupfer ab. Ja, du stehst zwei Felder weiter. Ich stehe direkt drauf. Ja, trotzdem sammelst du den Sheet ein. Ich sag ja, ich bin aus Polen. Das ist irgendwie bei uns... Wir machen das ja auch nicht bewusst. Du läufst über eine Straße, läufst das so entlang. Auf einmal hast du vier Autoreifen in der Hose und merkst das gar nicht. Und schwupp hast du sie verkauft auf dem Schwarzmarkt. Gerade auch noch das Fleisch. Das hast du auch eingesagt. Ich spiele nicht mehr mit dir. Aber... Wow! Ja. Ich beschütze uns doch. Guck. Oh shit. Autsch. Vorsicht! Jolle! Ich lebe noch. Boah. Ich lebe. Ich rieche die Luft. Ich rieche die Luft. Ich fahrs nicht. Ich atme das Gras. Ey, was? Okay, ich habe ein bisschen Angst. Friss das, du Sacksau! Soll ich dir helfen? Nee, alles im Griff. Oh, du hast da den Kieber all so eine... Alter, alter, der Affe. Unglaublich. Ah, da nehme ich die Pixels mit, ne? Wollen wir ihn liegen lassen? Komm, wir sind mal zu freundlich. Erster Licht. Oh Gott. Was war das denn? Jetzt ruckelt es schon. Boah, ich habe geträumt. Was ruckelt? Oh mein, Mann, Mann. Jetzt ruckelt es gerade schon. Ja, aber es trifft sich ja, weil die Folge ist ja eh vorbei und wir können dann mal zwischen den Folgen gucken, was dein Problem ist. Glaube auch. Cool. Ja, dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Starbound. Tschüss. 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 Tschüss.